ich liebe PENUS ich liebe PENUS ich liebe PENUS ich liebe PENUS 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 ich liebe PENUS PENUS Hallo mein Name ist Dr. PENUS Heute im Frühstück gab es PENUS mit PENUS in PENUS getunkt ich hab die beste Szene die ich rausnehme warte sie musste ich mir nur ab 4 glaub ich angucken es war einmal ein kleiner PENUS warte ich oh man er war im Wald und hat nach Kekse PENUS gesucht deine Mutter versteckt PENUS im Wald oder so oh man halt stopp jetzt PENUS ich halt stopp naja genau so machen wir es jetzt es ist PENUS im Haus ob du hier bist PENUS oder nicht ja mir tut dir langsam schon der Hals wie weil es ist anstrengend PENUS zu sagen PENUS Tag heute ist der Internationale PENUS Tag heute ist der Internationale PENUS Tag heute ist der Internationale PENUS Tag ich kann nicht mehr meine Seite gut weh alter ich kann nicht mehr meine Seite gut weh alter ja dann auf Benutzer definierte Produzionsentstellung ja danach muss auf PENUS gehen nein danach gehe ich auf das oberste was da auch empfohlen ist jetzt hab ich gemerkt dann jetzt bin ich bei Flash Vorlagen anpassen und machen was jetzt abmessenden ändern oder ja du musst 1000 PENUS mal sie in der Nase geben nein 1.780 1.780 1.880 1.880 1.280 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 größer als das Bild überhaupt weil dein Pürnus klein ist als mein Pürnus ey warte mal ich mach keine Bildschirm übertragen was passiert wenn jetzt hier bei der Vorlage das Video größer ist als ähm das als mein Bildschirm ist es schlimm ja es wird jetzt ich kann mal heißen bitte dann hochgeladen weißt du dann wechselt er sich hinaus also wenn dein Video kleiner ist als 1280x720 dann drückst du auf Aufnahmeformate dann ist es in vollblutenden Rennen das sind 1280x720 und dann entsteht ein riesen großer Pürnus Mann ich geh grad okay warte ich geh mal ganz kurz hier ab ich bin jetzt mein Produktionsassistent dann ja Daniel Pürnus ähm was hat man auch ehrlich was soll ich jetzt machen das habe ich ja gerade gesagt du drückst auf Aufnahmeformate wo steht es Bam in your face das steht bei Größe anpassen Größe anpassen an Aufnahmeformate denn ich bin ich bin ja das habe ich doch schon und dann bin ich ja 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 und dann Produkte und dann und dann Produkte und weitergeben das Rennen das in der Tau und dann und dann und dann und dann ich bin ich bin ich bin ich bin mach ich nochmal ich gehe auf Wichsen auf Wichsen ja auf auf danach gehe ich auf Produzieren und Weitergeben benutzerdefinierte Produktionseinstellungen ja dann auf dieses Ombren F und rechts wenn du dann auf Flash Option bist wenn du dann noch auf den vorherigen bist rechts ist Abmessung und bei Abmessung gibst du ein 1280x720 und dann drückst du auf weiter auf Mö nee das wenn du dann auf Produktion und Weiße gehen schon gegangen bist weil verstehst du wenn man ein Pönis und ein Pönis mischt dann entstehen zwei Pönis mann ok ich nehme jetzt den Flash Player und jetzt bin ich hier bei den Flash Vorlagen und dann Abmessungen ah ja ja stimmt so und dann benutzerdefiniert 1280 das ist aber größer als man Bildschirmes auch zeigen kann was ist gerade mit Kantasie oder womit ja ich habe doch ein Tutorials-Sentzug gemacht Penis äh Pönis soll ich mich immer was sagen machen ja können wir dann machen auf jeden Fall ich danke euch für Zuschauer Leute ihr bedankt euch auch mal ich habe auch genommen die Pönis ja doch 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 ihr bedankt euch auch mal eben schnell kommt ja ja danke vielen Dank auf Wiedersehen äh ähm ja danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal macht's gut Pönis haha 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 Fuck